ein kurzes das war ich weiß aber es passt zu micky maus das stimmt allerdings wir haben hier castle of illusion staring mickey maus hier auf steroide die demo und normales jump and run sieht auf jeden fall ansehbar aus also für das zusammen land ist und das ist eben noch kombi grafik ist aber sie gut er sieht auf jeden fall zweckmäßig aus mehr realistische grafik sowieso wenn hier nicht so wenn eine laborate als zum umholsten ja ich bin hier pink und der bring das andere studio der wanne platte ist ja ich bin für ein diamant unter hoch oder oder da rein was ist das licht nein ich stehe im licht gehen nicht in das licht thunder thunder cats hau da passiert ja gar nicht ich habe nichts was macht dass es leuchtet die Münder Türen der das macht es den gesendet Marco die Türen zu bei Karte wir werden sterben Blut über den Wänden abgetrennte Mausköpfe das ist sicher dass wir vom richtigen Spiel reden Hehehe Heee Pilze! Mickey auf Crack! Mein Gott! Der Kier und der Baum! Und noch einer! Da, da, da! Wer ist der Chef? Scheiße! Ah, Glück gehabt! Wie hoch er springen kann, ne? Was ist das? Na und? Was hat das? Kommt ja nicht auf! Kommt ja nicht auf! Cool, du kannst schmeißen! Vielleicht kommst du ja von der anderen Seite hoch! Und ich komm wieder hoch! Vielleicht wo die Pilze oder vielleicht ist ganz vorne irgendwas dann so... Weicht von rechts nach links! Ach so, ich kann ich gar nicht... Du, Schwuler! Wirft Gegenstände um Kisten zu öffnen! Hallo, was warst du? Ich war schön, aber ich will die andere Kiste! Ja, vielleicht kriegst du ja da was! Ja, genau! Nein! Da, siehste, da musst du hier noch weiter nach rechts! Auf dem Pilz kannst du nicht höher hüpfen! Siehste! Ich wollte gerade schon sagen, ey, wenn das für Kackse... Du bist so ein Trottel. Was kannst du überhaupt? Schnauze. Ist doch wahr, ey. Was kannst du überhaupt, ey? Felt. Ah, scheiß drauf. Manchmal. Da. Na also. Das ist jetzt voll kackt, ne? Also das war das... Noch nur einmal, noch einmal. Alle guten Dinge sind drei Mann. Pfff. Das ist... Bei dir sind wahrscheinlich erst alle guten Dinge sind 500 oder so. Fuck you. Äh, tolle Kennzeichnung. Nein. 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 Denn unten links hast du noch nicht. Dann hast du schon. Unten links hast du noch nicht. Nein, 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 nein. Shit. Yay. Cool. Oder war Mickey geschrumpft? Du, er hat gewonnen ist geschrumpft. Oh, er ist verholtet. Hitsi mich. Shit, 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 shit. Shit. Ich bin der Fall. Du bist tot, ne? Nein, ich bin nur der Fall. Ah, okay. Na toll. Also ich einfach wieder da rein. Diamante. Du hast das gewusst. Ja, ja. Warum? Ich bin Batman. Nein. Manchmal frage ich mich schon, ob du vielleicht bescheuert bist. Nein, ich bin Batman. Lässt dich jetzt an mit dem, oder was? Strichst du mich an, oder was? Was ist so ein Problem, Mann? Okay, ich muss dann von da auf den Pütz. Pütz. Der war gut. Ja, der war. Der war. Was ist das für ein scheiß Pilz? Hast du schon mal einen Pilz gesehen, auf den du draufbringst? Ja, jeden Tag. Gott, schwuler Vogel. Schmetterling. Verarme. Du bist einfach spitze. Schlecht. Nimm dies. Und dies. Super. Oh mein Gott, hast du gesehen? Der ist die Land. Weißt du, der geht automatisch. Ich bin Keks. Das ist uncool. Was ist das? Ein uncooler Apfel. Und warum ruckelt der Apfel dann bitte los? Weil ich draufgefallen bin. Ach so, deswegen ruckelt der los. Ja. Hast du schon mal gesehen, dass eine Fliege einen Apfel umschmeißt? Ja. Jeden Tag. Das heißt, die fette Fliege. Aha. Hm, was sollst du schon mal die Diamanten mal mit? Leck mich. Nichts leck mich, das ist ja mal mit dem Mann. Das war knapp. Das war knapp. Das sagt er auch. Ich bin gut. Ey, ich glaube, ich habe geschlossen. Yeay. Weiter, 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 weiter. Schloss der Illusion. Deswegen heißt das Spiel so, wie es heißt. Wow. Wow. Toll, da war ich schon. Wie du warst, Asar. Bis du anfangen? Nee. Oder? Oder? Ist das so anfangen? Si, si, Signore. Bist du sicher? Ja. Waren die zehn Soldaten da auch da? Ja. Das ist eine unendliche... Vielleicht sind jetzt da die Treppen frei. Das ist eine unendliche Schleife. Nein. Die Treppe ist jetzt frei. Nein. Sie gleich scheiße wie vorher. Ich habe keine Äpfel, Äpfel. Ah, nee. Du hast doch so eine Schlossstatue eingesammelt. Die kannst du bestimmt auf so ein Podest stellen. Nee, du hast sie gar nicht dabei, ne? Nee. Halt, was war da rechts? Geh mir nochmal rechts. Da kannst du vorbeilaufen, oder? Ja. Schmeiß mal Apfel auf den? Habe ich einen Apfel. Schmeiß dich. Scheiße. Kannst du ein Schloss aufmachen? Nein, kann ich nicht. Was soll die Scheiße? Der endlich grüßt das Murmeltier. Vielleicht hätte ich vorher müssen drücken weiter zum Schloss. Ist egal, das machen wir nicht nochmal, oder? Ich denke nicht, Tim. Oder? Wir machen hier ganz kurz einen Cut. Sonst spielen wir nochmal schnell durch. Und dann fliegen wir es zusammen. Gute Idee, oder? Also. Oh, und deswegen bleibst du kurz stehen. Und dann sagen wir, bis gleich. Was will ich sagen? Ich will gar nichts sagen. Die spiel ich. Müll. Eine unendliche Schleife. Eine unendliche Schleife. Und wieder. Eine gänne, eine gänne, eine gänne. Eine gänne, eine gänne. Und jetzt haben wir keinen Bock mehr. Ist eigentlich keinen Bock mehr. Scheiß auf Micky. Das ist eh. Micky Mox. Und auf die Maus auch. Deswegen. Castle of Illusion. Super Spiel. Kauft euch. Wir kaufen es nicht. Und warum? Scheiß auf Micky. In diesem Sinne. Scheiß. Ja.